Mein Name ist Laura Zielke. Ich spiele Cello und studiere Musik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Musik hat viel mit Handwerk zu tun. Präzision, Technik, Fachwissen und viel Geduld. Doch das Wichtigste für mich sind Hingabe und Leidenschaft. Die Robert-Schumann-Hochschule ist klein und überschaubar. Man kommt schnell ins Gespräch, plant gemeinsame Konzerte oder gründet neue Ensembles. Auch in den Arbeitsphasen des Hochschulorchesters lernt man sich gut kennen. Mein Bachelorstudium dauert acht Semester. Orchesterstudien und Kammermusik gehören zu den Schwerpunkten. Im Mittelpunkt aber steht der Einzelunterricht. Anderthalb Stunden pro Woche. Beim Cello mag ich besonders den warmen Klang. Er erinnert mich an die menschliche Stimme. Düsseldorf hat eine lebhafte Kulturszene. Es gibt die Deutsche Oper am Rhein, das Schauspielhaus, die Tonhalle und viele Museen. Die Hochschule bietet uns viele Chancen in der Stadt aufzutreten. Zum Beispiel im Haus der Universität, mitten im Zentrum. Das Schauspiel. 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 Das Schauspiel.